Wir teilen den Gottessegen aus und immer bitten wir für die Kinder dieser Welt um eine gute Gabe, um etwas Geld. Ja, wunderbar. Den Stern frag ich in euer Heim, sein Licht soll immer bei euch sein. Wir bringen euch Frieden, Glück und Segen, die euch begleiten auf allen Wegen. Freude und Hoffnung, die so viel empfiehlt, kommt auch durch euch in diese Welt. Und so bitten wir euch um eure Gaben für alle, die zu wenig haben. Wunderbar, danke schön. Das raubt echt den Atem. Bitte? Das raubt echt den Atem. Ja, 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 ja. Okay, ihr habt Salz dabei, denke ich, ne? Jawohl. Ja, da habe ich schon mal was hier. Guck mal, Emmi, geh mal rum. Könnte da mal was rein? Aber ist das rutscht nicht? Ne, ne, rutscht nicht. Äh. Da habe ich aufgestreut, weißt du? Wo? Auf die Treppe. Warum? Ja, damit sie nicht rutscht. Und wie viel? Ja, ein Löffel genügt. Ah ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Okay. Danke schön. Und jetzt habt ihr, glaube ich, auch noch so ein Band, wie es da oben ist. Nein. Habt ihr nicht? Doch, doch, doch. Habe ich. Ach so. Okay. Willst du da dran machen? Ja, ja, bitte schön, ja. Nee, das ist mit den nassen Schuhen bei Ihnen alles dreckig. Nee, dann kommen Sie doch rein. Ach, ist alles toll. Ist schon in Ordnung. Ich bin auch nicht aufgestanden. Ja, die hat eine Karte. Aber auch bedanke ich, du hast sowas keine mehr. So, ich bedanke mich vielmals zusammen. So, wir haben uns zu bedanken. Tun Sie das da irgendwo in die Kasse rein, bitte. Ach so. Ja, ja. Sehr gerne. Und dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Und am 6. sehen wir uns ja bei der Abschluss. Okay. Komm mal her, du hast die Kasse. Alles Gute. Schönen Dank, ne? Ihnen auch. Vielen Dank. Ja, tschüss. Ein gutes neues Jahr. Danke schön.